Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde, wenn ein Land erfolgreich ist, dann darf man sich auch in der Bundestagsdebatte darüber freuen. Der größte Erfolg unseres Landes in den letzten Jahren ist, dass wir nach Phasen hohe Arbeitslosigkeit mittlerweile die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seiner Wiedervereinigung senken konnten. Was noch wichtiger ist, dass wir die Beschäftigung in Deutschland, also die Zahl der Menschen, die in Arbeit und Lohn sind, auf den höchsten Stand, den es je gegeben hat, nämlich 44,8 Millionen Menschen, haben steigern können. Und ich finde, dass ein großartiger Erfolg unseres Landes ist, vor allem ein Erfolg unserer Unternehmen und der fleißig arbeitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, für die wir als Politiker auch dankbar sein können. Übrigens, was die Steigerung der Beschäftigung anbelangt, knapp 600.000 Beschäftigte, mehr als im vergangenen Jahr. Und die Bundesagentur für Arbeit teilt uns mit, dieser Anstieg beruht alleine auf dem Zuwachs bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also derer, die auch in unseren Sozialkassen mit einzahlen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade deshalb ist es das Ziel unserer Koalition, in denen, die immer noch keine Arbeit gefunden haben. Nicht zu sagen, wir diskutieren jetzt darüber, wie wir die Lebenslage alimentieren, sondern auch für diese Menschen den Zugang zu Teilhabe und Arbeit in den kommenden Jahren zu ermöglichen. Deshalb das Projekt soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, in was wir Geld hineingeben, für das wir aber auch die richtigen Instrumente in diesem Jahr noch beschließen werden. Teilhabe, das ist die Perspektive für die, die noch draußen sind. Zweitens. Wir haben ja mittlerweile eine Situation, die sich deutlich verändert hat. In früheren Bundestagsdebatten haben wir uns darüber geklagt, wie viele Arbeitsplätze vor allem aus dem Produktionssektor abwandern ins Ausland. Mittlerweile haben wir zunehmend eine umgekehrte Richtung, nämlich dass wieder Produktion nach Deutschland zurückverlagert wird. Und wenn man die Unternehmen dazu fragt, warum sie das machen, diesen Schritt, diesen richtigen Schritt, der für Arbeit in Deutschland sorgt, dann sagen sie, es ist halt so, im internationalen Vergleich, gutes Know-how, intakte Infrastruktur, tragfähige Sozialsysteme, stabile politische Rahmenbedingungen, die finden wir hier in Deutschland. Und ich erfinde, dass Arbeitsplätze wieder auf Deutschland zurückkommen, auch das ist eine Erfolgsgeschichte für unser Land. Und mit dem Bundeshaushalt 2018, den wir heute verabschieden werden, machen wir genau das, was diesen Trend weiter befördern wird. Wir investieren mehr denn je in Bildung und Forschung. Wir investieren mehr denn je in unsere Infrastruktur. Wir investieren mehr denn je in die Digitalisierung. Und deshalb ist dieser Bundeshaushalt 2018 das beste Arbeitsbeschaffungsprogramm, das wir in Deutschland und in Europa haben. Und deshalb ist dieser Bundeshaushalt 2018 ein zusätzlicher Jobmotor, der Perspektiven für die Zukunft für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bittet. Und deshalb gibt es auch keinen Konkurrenzkampf. Entschuldigung, in meinem Wahlkreis Handwerker, Industriebetriebe, Mittelständler, über wo ich hinkomme, Herr Weiß, wir brauchen Leute, wir suchen dringend Fachkräfte, wie übrigens auch Hilfskräfte, Auszubildende. Und deshalb ist es so, dass nicht nur eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt für die deutschen Mitbürger und Mitbürger besteht, sondern auch für die, die neu hierhergekommen sind. Und deswegen steigt ja auch die Zahl der Flüchtlinge, die in Ausbildung und Beschäftigung kommen. Und genau das wollen wir weiter fortführen. Wir brauchen dringend zusätzliche Arbeitskräfte in Deutschland. Zu den stabilen politischen Rahmenbedingungen unseres Landes gehört in der Tat auch die Frage nach einer verlässlichen Alterssicherung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nun mal so, die geltende Gesetzgebung schreibt in der Rentenversicherung die Ziele bis zum Jahr 2030 fest. Wir wollen aber den Bürgerinnen und Mitbürgern sagen, wie sieht es auch nach 2030 aus? Und deswegen war es richtig, dass wir gemeinsam diese Rentenkommission eingesetzt hat. Und diese Kommission berät Gott sei Dank nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern gerade heute, während wir hier debattieren, hat sie eine riesige Zahl von Verbänden, Fachleuten eingeladen, die dort ihre Vorstellungen zur Rente der Zukunft vorstellen. Das Interessanteste, finde ich übrigens. Das hat es so noch nie gegeben. Anfang September wird es einen Generationendialog geben. Und Herr Kollege Theurer, es ist halt so, die Rente muss nicht nur enkelsicher sein, sie muss auch großelternsicher sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieser Generationendialog zu neuen Erkenntnissen führt. Ich finde, dass unsere ehemaligen Bundestagskollegen Gabriel Löseguck-Möller und Karl Schieverling einen tollen Job machen bei dieser Rentenkommission, weil sie sich breit aufstellen, um für die Zukunft ein gutes Konzept zu entwickeln. Jetzt ist es natürlich richtig, dass man, was die künftige Entwicklung der Rentenfinanzen anbelangt, vorsichtig schätzt und auch kritische Nachfragen stellt. Aber, verehrte Kolleginnen Kollegen, wenn jetzt zitiert wird, dass anlässlich des neuen Rentenpakets, was wir als Große Koalition planen, angeblich Milliardenlöcher in der Zukunft sich auftun, dann möchte ich Sie einfach daran erinnern, vor vier Jahren haben wir die gleiche Debatte gehabt. Damals hat die Große Koalition das damalige Rentenpaket beschlossen. Die gleichen Vertreter der Rentenversicherung haben gesagt, um Gottes Willen, binnen weniger Monate wird die Rücklage der Rentenversicherung aufgefressen sein, und es drohen deutliche Beitragserhöhungen. Was ist in den vergangenen vier Jahren passiert? Die Rücklagen der Rentenversicherung sind nicht nach unten gegangen, sie sind nach oben gegangen. Der Beitragssatz musste nicht erhöht werden, sondern Anfang 2018 wie Anfang 2019 haben wir den Beitragssatz senken können. Ich finde, das sollte einen ein bisschen davor bewahren, großartig nur Kassandra-Rufe auszurufen, sondern der entscheidende Punkt ist doch, wenn es uns gelingt, die gute wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes auch in den kommenden Jahren fortzuführen, wozu wir mit dem Bundeshaushalt 2018 eine gute und hervorragende Grundlage schaffen, dann schaffen wir es auch in Zukunft, dass die Rücklagen bei der Rentenversicherung nicht sinken, sondern weiter steigen. Und natürlich ist es auch richtig, so wichtig die umlagefinanzierte Rente als die erste und stabilste Säule unserer Altersfinanzierung fortentwickelt werden muss, dass wir auch die zusätzliche Altersversorgung brauchen, dringend benötigen. Und wir haben ja in der vergangenen Legislaturperiode ein Betriebsrentenstärkungsgesetz beschlossen, was am 1. Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist, mit dem wir übrigens all das, was viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bislang kritisch oder vorsichtig gestimmt hat, eine Betriebsrente anzusparen, abgeräumt haben. Betriebsrente lohnt sich jetzt für alle wirklich richtig. Und wir haben was Zusätzliches gemacht. Wir haben den Tarifpartnern eine zusätzliche neue Möglichkeit eigener Tarifverträge zur Betriebsrente in die Hand gegeben. Nachdem das Gesetz jetzt über ein halbes Jahr bereits in Kraft ist, wäre es schön, wenn Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften dieses neue Instrument nun endlich auch einmal in Gang setzen würden. Nicht nur die Politik ist gefragt, auch die Tarifpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften sind gefragt, mehr für die Betriebsrente in Gang zu setzen, als bislang der Fall war. Und dazu haben wir ihnen das Instrument gegeben. Und dazu fordere ich euch auch ausdrücklich auf, dieses Instrument nun endlich zu nutzen. Dass übrigens die Tarifpartner vieles gut, manchmal auch besser hinbekommen, zeigt die Geschichte mit dem Mindestton. Ich bin froh, dass wir uns dazu entschlossen haben, eine Mindesttonregelung zu schaffen, in der die Politik die Finger draußen hat. Und ich finde gerade der zweite Beschluss der Mindesttonkommission seit ihrer Einsetzung paritätisch besetzt aus Arbeitgebervertretern und Gewerkschaften zeigt, ja, Arbeitgeber und Gewerkschaften finden ohne Einfluss der Politik besser zu vernünftigen Löhnen und deswegen einen Glückwunsch an die Mindesttonkommission, die diese Aufgabe bravourös löst, ohne dass wir uns politisch einmischen müssen. Aus der Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften sind diejenigen, die Lohnfindung besser hinbekommen als andere. Herr Kollege, die Zeit ist abgelaufen. Herr Präsident, das habe ich mir leider auch gedacht. Deswegen mein letztes Wort in dieser Rede. Gute Politik und gute Tarifpolitik mit guten Regelungen für Löhne und Arbeitsbedingungen machen unser Land stark. Diese Stärke wollen wir miteinander weiter ausbauen. Vielen Dank. Der nächste Redner für die FDP-Fraktion, der Kollege Otto.